So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich ist es schon wieder mitten in der Nacht und ich bin eigentlich übelst fertig. Ich will auch einfach nur mal ausschlafen. Jetzt habe ich mich auf morgen gefreut und gedacht, okay, cool, Rai Quaser, unbefristete Forschung, aber das geht ja glaube ich erst ab abends los, ab 22 Uhr. Also wird es dann auch erst die Forschung geben? Wäre natürlich cool, wenn das Freitag früh gekommen wäre. Ja, Samstag habe ich gar keine Zeit, da bin ich beim Street Food Festival und naja, trotzdem gibt es noch Neuigkeiten. Erstmal für die Leute, die beim GO-Face gespielt haben und Probleme hatten, da es ja ein paar Serverprobleme gab. Manche haben sich da beschwert, dass sie da stundenlang nicht spielen konnten. Natürlich genau deswegen, dass gesuchte Shiny nicht bekommen haben oder Jahrhunderte verpasst haben oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Niantic hat ja schon gesagt, dass sie da aufkommen werden, sie wollen da eine Entschädigung für die Leute anbieten. Hätte meiner Meinung nach gar nicht sein müssen, selbst wie gesagt, wenn man von 10 Stunden nur 9,5 spielt, weil zwischendurch mal kurz was verkackt ist. Aber Niantic, die nimmt sich natürlich das Feedback zu Herzen und möchte euch trotzdem verwöhnen und deswegen haben sie ja jetzt ein Entschädigungsevent angekündigt. Julchen hat das Ganze, was, äh, Make-Up, das Make-Up-Event. Jetzt steht hier natürlich nichts darüber, jetzt heißt es einfach überall Entschädigungsevent. Wann findet das Ganze jetzt statt? Wir haben hier mal diese offizielle Seite mit den Pokémon-Go-Live.com. Ist das ja aufgrund der technischen Probleme, die während einiger Habitatsstunden beim Pokémon-Go-Face 2020 aufgetreten sind, findet am 16. August von 11 bis 14 Uhr weltweit ein Entschädigungsevent statt. Während dieses Events erscheinen einige Pokémon aus den Habitaten des Pokémon-Go-Face 2020 häufiger in der Wildnis. An diesem Entschädigungsevent können nur Spieler teilnehmen, die ein Ticket für das Pokémon-Go-Face 2020 gekauft haben. So, und ich finde, ist ja klar, weil eigentlich nur die Leute, die da ein Ticket hatten und da Probleme, die da für Geld ausgegeben haben, haben auch einen Anspruch, sich dann zu beschweren. Leute, die an dem Tag sowieso alles hinterhergeworfen bekommen haben ohne Ticket, die brauchen ja sich da nicht noch beschweren, dass sie mal kurz nicht reingekommen sind. Was gibt es jetzt also? Drei Habitate, wie gesagt, von 11 bis 14 Uhr. 11 Uhr gibt es also das Feuer-Habitat, dann 12 Uhr das Wasser-Habitat, 13 Uhr das Freundschafts-Habitat. Warum auch immer, in dieser Zusammenstellung, vielleicht sind das die drei, wo es die meisten Probleme gab, Ich finde persönlich Feuer immer noch am brutalsten. Ich finde Feuer hat die besten, nützlichsten, genialsten Spawns gehabt. Wasser war okay, Freundschaft ist auch okay oder so, aber bei Feuer, gerade bei Feuer, habe ich die Icognitos gesucht und die Furnifras und weiß ich nicht. Das war irgendwie trotzdem mein Lieblings-Habitat von allen. Kommt jetzt auch nochmal zurück, also von 11 bis 12 Uhr. Und wenn ihr Bock habt, würde ich sagen, könnten wir das Ganze sogar als Livestreamer. Da sowieso viel mit Rauch gearbeitet wird, könnte ich mich auch an dem Tag drei Stunden hierher setzen, einfach hier Rauch zünden, mit euch chillen und wir arbeiten die drei Stunden durch und gucken, was passiert. Das aber nur, wenn Interesse da ist, ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten würde ich wahrscheinlich gar nicht spielen, da um die Uhrzeit. Die Pokémon der Habitatstunden, Feuer, Wasser und Freundschaft erscheinen häufiger in der Wildnis. Rauch wirkt anziehender auf die Pokémon, die bei diesem Event im Rampenlicht stehen. Manche Pokémon werden nur so angelockt, also setzt Rauch ein, um möglichst vielen Pokémon zu begegnen. Ob es dann auch wieder Icognito aus dem Rauch gibt? Nochmal shiny Icognito mitnehmen? Im Shop wird eine spezielle kostenlose Box erhältlich sein, die zweimal Rauch und zwei Fan-Raid-Pässe enthält. Das mit den Fan-Raid-Pässen finde ich sehr cool, da ja dann auch Dioxys und Genesect in die Raids kommt, in den nächsten paar Wochen, die auch shiny sein können. Und ich hoffe, dass da viele Leute mich auch einladen, weil ich da auf die shiny Jagd gehen werde. Vielleicht da auch mal so eine Raid-Stunde einfach streamen, wie ich hier sitze, mein Bildschirm drauf habe. Und wie eine Stunde lang die Leute mich einladen können und ich einfach die Raids hier so mitmache. Wer einlädt, wäre auch eine coole Sache. Also man kann mit diesen Livestreams ja eigentlich viel machen und viel rüberbringen. Im Shop, genau diese Box, also kostenlos. Zweimal Rauch, zwei Fan-Raid-Pässe. Okay, ihr könnt die aber natürlich nur einlösen, wenn ihr weniger als drei Fan-Raid-Pässe bei euch im Item-Beutel habt. Also haut erstmal alle raus, gönnt euch die zwei kostenlose und danach kauft euch halt wieder andere. Wenn ihr während des Events Geschenke öffnet, enthalten diese eventuell Sonder-Bonbons. Das war ja auch schon beim Go-Fast so, dass ihr dann bei dem bestimmten Bonus das hattet und ihr hattet da den Rest dieser Stunde Zeit, Geschenke zu öffnen, um Sonder-Bonbons zu bekommen. So habe ich fast 150 Sonder-Bonbons gekriegt an dem einen Tag. Das fand ich auch richtig brutal und das nur aus den Geschenken. Rauch hält während des Events eine Stunde lang an. Also macht es ja eigentlich so auch. Ich brauche also einen von mir, kann zwei von hier oben nehmen. Sieht also gut aus eigentlich, ist eine coole Sache, nimmt man nochmal mit so als Bonus. Werden wir hier ein Stream-Event draus machen. Der Pokémon Go Entschädigungs-Event-Stream für Ticket-Inhaber. Pokefans.net hat das auch nochmal hier gepostet und geschrieben, aber ist ja jetzt eigentlich nichts weiter Großartiges hier dabei. Okay, außer Liste der auffindbaren Pokémon. Seht ihr hier nämlich nochmal. Obwohl, das ist das Kampf-Habitat, hier das Freundschafts-Habitat. Wenn dann wieder überall die Relaxos rumsitzen. Aber Feuer-Habitat fand ich trotzdem immer noch am heftigsten. Gut, das kennen wir eigentlich. Und was noch wichtig ist, nämlich neben dem Entschädigungs-Event, die nächsten Spotlight-Stunden sind angekündigt. Für August und der Feldforschungs-Durchbruch für August ist auch angekündigt. Pokémon-Rampenlicht-Stunden. Ich nehme immer das englische Wort, ich sage immer Spotlight. Vielleicht sollte ich auch Rampenlicht nehmen. Aber zuallererst, das haben wir hier natürlich auch von pokefans.net, die haben das schön gleich mit Bildern gemacht, dass ihr auf den ersten Blick gleich seht. Der neue Feldforschungs-Durchbruch ist Zuru-Keks. Zuru-Keks, richtig genial, gab es ja in der Go-Battle-League als Belohnung, gab es dann mal ganz extrem selten bei dem einen Visor-Rauchtag. Aus dem Rauch, wo Unlicht, war das Visor? Nein, das war nicht Visor, das war irgendwas anderes, keine Ahnung. Es gab ja auf jeden Fall mal diesen wechselnden Rauchtag, wo immer zwischen Unlicht und irgendwas anderem hin und her gewechselt wurde. Und da konntet ihr auch Zuru-Keks bekommen, aber es ist immer noch selten. Und jetzt als Feldforschungs-Durchbruch nimmt man den natürlich auch gerne mit. Hat er ja bestimmt auch gute IV, vielleicht auch mal ein Hunderter oder so, oder wer noch gar keins hat. Und die Rampenlichtstunden, sie stehen hier auch nochmal aufgelistet direkt. Am 4. August wird es also SEPA geben mit doppelten Fang-Bonbons. SEPA, cooles Pokémon, Generation 1, als Shiny, sieht's auch gut aus. Dann Zobiris am 11. August, doppelte Verschick-Bonbons, da weiß man wieder nicht. Verschickt man die ganze Stunde lang alle möglichen Legendären, die man hat, für die doppelten Bonbons, oder holt man sich lieber Zobiris? Zobiris gibt's ja auch als Shiny, wissen wir ja. Gab's aber beim Go-Fest auch so vermehrt, dass viele beim Go-Fest schon so ein goldenes, schillerndes Zobiris mitgenommen haben. Ansonsten macht man mit Zobiris eigentlich nichts weiter, kann man ja auch nicht entwickeln, obwohl das ja eigentlich noch eine Mega-Entwicklung bekommt, glaube ich. Ähm, also SEPA ist in dem Sinne nutzlos, Zobiris meiner Meinung nach auch. Gibt's aber wenigstens beide als Shiny von, naja, der Bonus mit den Verschick-Bonbons. Also das würde sich schon lohnen, wenn ihr noch ein paar Legendäre habt, die ihr gesammelt habt und die schlechten jetzt weghaut, damit ihr da gleich zwei Bonbons bekommt. Weiter geht's am 18. August dann mit Toxipad. Und doppelt ein Entwicklungs-EP. Ja, dann müsst ihr mit dem Go-Plus fangen lassen. Und macht ein Glücksei an und entwickelt einfach alles andere, was da so rumsitzt. Toxipad gibt's nicht als Shiny. Ich glaube auch nicht, dass das bis dahin veröffentlicht wird. Denn es ist ja, eigentlich ist ja schon alles angekündigt. Auch in der Genesect-Woche, in der Dioxys-Woche. Wir wissen ja, welche neuen Shinies kommen. Zum Beispiel Stern-Du und Starmy. Ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich Toxipad da raushauen. Also wird Toxipad wieder eins sein, was es nicht als Shiny gibt. Wo die Leute sagen, voll unnütz. Was will ich mit dem Teil? Aber am 25. August gibt es noch Kleinstein und doppelter Fang-Sternenstaub. Und hier muss ich wieder mal sagen, ist für mich eindeutig, sticht heraus, schon wieder die beste Spotlight-Stunde im August. Erstens ein Pokémon der ersten Generation. Zweitens Kleinstein, der Blumenkohl mit den Armen. Sieht sowieso mega geil aus. Geowatz, ein richtig nützliches Pokémon. Immer noch, egal ob als Boden- oder Gesteinsangreifer. Dann das Shiny dazu von Kleinstein. Sieht auch richtig genial aus. Dieses goldene Kleinstein. Richtig brutal. Und doppelter Fang-Sternenstaub. Also bei Kleinstein, dann sollte man eh alles antippen, alles fangen, alles mitnehmen. Denn dann kriegt ihr nicht nur die fetten Bonbons und eine fette Ausbeute und viele coole Kleinsteine. Ihr kriegt auch viel Staub dazu. Also diese Kombination aus diesem coolen Pokémon mit diesem coolen Bonus. Und dass es Shiny sein kann und dass es nützlich sein kann, macht das eigentlich zu meinem Favoriten. Für die nächsten Rampenlichtstunden. Ihr könnt natürlich wie immer mal reinschreiben, was ist euer Favorit oder auf was freut ihr euch am meisten? Ist es Kleinstein, ist es Toxipet, ist es Zobiris, ist es SEPA? Vielleicht habt ihr einen anderen Favorit. Und wie findet ihr Zurokex aus dem Feldforschungsdurchbruch? Habt ihr schon einen Zurokex? Braucht ihr noch einen Zurokex? Jetzt fehlt nur noch das Wrestler Pikachu. Das müssen sie dann nach dem August reinpacken. Dann bin ich zufrieden. Und hier steht es halt auch nochmal alles. Plus auch nochmal hier die Hyperbonuswochen. Die Drachenwoche also jetzt vom 31. Juli. Ist jetzt schon, aber ab 22 Uhr. Und das heißt, die befristete Forschung wird es wohl dann auch erst ab abends geben. Ich weiß nicht, wie ich das mache, weil wäre das Freitag tagsüber, wäre das hier irgendwie cooler gewesen. Finde ich. Enigma-Woche dann ab dem 7. August, aber auch wieder abends. Schillerndes Stern, du. Und... Achso, Schillerndes Kiesling dann in der eineinhalb Woche. Ihr seht, die Shinies stehen alle fest. Da ist nix. Also Toxipad... Meiner Meinung nach die... Uninteressanteste. Und ich würde nicht mal sagen, dass Toxipad jetzt ein seltenes Pokémon ist, was ins Rampenlicht gestellt werden muss. Weil Toxipad trotzdem auch so oft überall rumsitzt. Und eigentlich... Richtig, äh... Ja... Braucht man nicht. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Egal. Vielleicht gibt es ja trotzdem Toxipad-Fans unter euch da draußen. Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich muss mich jetzt erstmal erholen, dass ich morgen vielleicht trotzdem fit bin. Ich möchte nämlich noch eine kleine Trade-Session machen auch. Das habe ich schon... Das muss ich noch ankündigen. Also wer das hier sieht, macht euch schon mal bereit. Von 18 bis 19 Uhr werden wir wieder eine Trade-Session machen im Livestream. Da könnt ihr wieder mit mir chillen und labern. Und ich werde mir wieder einen Account raussuchen, wo ich noch ein paar Sachen trade, in der Hoffnung, mein Lucky Decks zu füllen. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt eure Favoriten rein. Was feiert ihr zu RuckCakes? Was ist euer Favorit in der Spotlight-Stunde? Und freut ihr euch auf das Entschädigungsevent? Werdet ihr nochmal zocken? Wie findet ihr genau, dass diese drei Habitate ausgewählt wurden? Also Feuer, Wasser und Freundschaft? Oder hättet ihr lieber Kampf nochmal genommen? Damit ihr eben nochmal zwei Millionen Kaumalat kriegt? Aber vielleicht aus dem Rauch? Der verbesserte Rauch lockt ja auch einiges an. Wir sind also gespannt, was das wird. Würde als Livestream, glaube ich, ganz cool sein. Auch die Spotlight-Stunde natürlich mit Livestream. Morgen die Trade-Session Livestream. Also ich mache das sehr gerne. Und wenn ich sehe, da sind auch immer ein paar Leute da, dann werden wir das so durchziehen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.